so leute es geht auch direkt weiter also für mich direkt weiter für euch ist es ja der nächste tag aber egal so schnell auswählen auswählen nicht dass er wieder weg ist okay liebe los da eliten leer kann dragora nehmen okay er geht zentral ich gehe oberer husten kommt jetzt leute es wird wieder es wird wieder so sein genau wir sehen uns gleich so sieht das gegnerische team aus pikachu glurak liebe das wird knallhart ist eigentlich 1 1 zu 1 unser team bis auf glurak und duengard okay na das wird ja lustig mal sehen ich bin gespannt echt gespannt wo will er ganz hinlaufen perfekt und pikachu punkte holen wir jetzt einfach nochmal um ihn dazu das ist dann elektro war ok da müssen wir uns doch zurückziehen den kriegen wir so nicht den pikachu und kein donder bei ruder matematik echt mega mega schaden ok wir haben so aktiver uns auf jeden fall können wir die nicht holen da kann man da ausschreiben ok wir brauchen die hilfe nein shit shit da hat er uns geholt unten sind sie jetzt zu dritt das ist knapp haben wir oben schon ordentlich zu tun gut wir können hier oben ein bisschen aufhalten dass sie keine punkte machen können das könnte so zurück ok naja der spielt nicht schlecht aber das kann ich auch nicht einschätzen ok morgen jetzt irgendwann brauchen wir mal hilfe glaube ich wir brennen aber wir brauchen uns jetzt erstmal keine sorgen machen wir sind hier in unserer zone wir kommen wir nicht voran wir können keine punkte machen die punkte nehme ich aber mit dass sie die nicht kriegen ok da kam es team sauber sehr schön noch einmal machen machen sauber sehr schön gut dass er geholfen hat vielen dank auch wenn er mich nicht hört aber egal egal sehr gut gut texter drin wenn er schon so gütig ist der gut text und uns nicht weiter angreift jetzt kommen die unten alle und hier oben nicht durchgekommen sind sehr schön oder was heißt sehr schön aber wie die erstmal los können die unten zu dritt wir können die oben dicht halten bis jetzt haben wir noch keine punkte reingemacht wir halten den kasten sauber wie oliver karl oder so erzähle ich meinst du nicht böse noch ein paar punkte raus bei volteckel bin ich mir jetzt doch nicht mehr so weil guck mal wenn ich jetzt elektro ball mache der macht der damage auf mehrere pokémon volteckel ist immer noch 1 jetzt gehen glaube ich vielleicht zwei attacken die auf mehrere pokémon der mensch machen das wäre schon geil dazu als fährenkämpfer ok pikachu ist jetzt gerade zu unserer bestehenden geflogen oder wo ist der hin wo ist pikachu ok kein sträuch wir liegen weit in führung mega nice also es ist schon mal gut ab und an muss ich mich mal so ein bisschen räuspern ich kenne das selber dann kriegt das noch ordentlich einen drauf und was hat er jetzt gedacht was er hier machen kann oder was gegeben elektro ball rein sehr schön die lite näher das kommt auch das wird hier oben schwierig 40 punkte die können wir weg bringen schnell damit und die neuen schade in itiner hat leider keine schade 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 ok da kommt die below zur hilfe du weißt du dass du gegen mich verkaufst ok du hast auch noch ausgeschaltet sehr schön so 10 punkte die können wir weg bringen vielleicht schaffen wir es ja liebe los nämlich gerade abgehauen zack weg sehr schön ja dominiert leute das ist bis jetzt ist es die perfekte runde bin ich ich bin noch nicht gestorben doch oder scheiße liebe lohnen nein du dreckiger du dreckiger kleiner hase alter maus ihren scheiß hasenbraten man das ist nicht überleben ist das hier weiter so dreckiger ja fast hätte er hier dreckiger auseinandergenommen man das falsche hause sorry leute tut mir echt leid gut ich würde es nicht da unten rumlaufen ich glaube daniel ist gerade da unten wenn ich es richtig sehe ja gut wir können eigentlich hin ich meine okay die mütte kommt jetzt auch sagt das kommt den können wir uns holen müssen wir uns holen ich markier es mal bis alle bescheid wissen müssen wir uns holen weiter so und rein wo man kann diese anderen schaffliche aber auch noch mal drauf gekriegt und mir sehr schön das sieht sehr gut aus mega ist okay die katschort jetzt oben leider den punkt weg gemacht oder macht es gerade je nachdem also ich komme hier rum so wie es aussieht und kann die punkte wahrscheinlich rein bringen auch die putze auch von edit alle rein fand sehr schön ordentlich rein gebuttert mega sagt nur was noch mal ausgelöscht aus dem leben rausgenommen weiter so gehen wir noch rein das werden wir nicht überleben alter wir uns überlebt ja ist wohl nicht ne und fernkämpfer wieder hier können wir die punkte nicht rein shit was hat er gemacht was hat er getan noch mal richtig ein drauf könnten wir denn noch ein trank holen jetzt ja naja gut schade ja dann war es auch nicht die die perfekte runde weil die haben auch zwei punkte eingenommen naja egal aber die runde war mega gut mega viel punkte gemacht und ich glaube wir haben mega gut gespielt alle das ganze Team mit Teamleistung war das sehr schön ich bin gespannt aus hoch okay Mewtwo hat 210 Punkte gemacht nice er hat auch glaube ich ganz gut gespielt sehr schön ja perfekt Pikachu 213 dreckiger keine Ratte so Leute vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge haut rein und dann